Was ist mein Name Jörn Dommershausen? Mein Name ist Jörn Dommershausen. Ich bin noch 29 Jahre alt. Ich komme aus Kirchheim am Neckar. Ich persönlich glaube, dass das Stickmover was ist für einen ambitionierten Sportpiloten, für jemanden, der schon schweben kann, für jemanden, der sagen möchte, okay, ich möchte Kunstflug lernen und da einfach sich unsicher ist, was passiert, wenn ich was tue am Knüppel. Es ist beim Schweben oder beim Anfänger so, man muss eine gewisse Intuition entwickeln und durch den Stickmover kann man die einfach dann perfektionieren und weiterreizen. Aufgrund dessen, dass man unterschiedliche Pilotenprofile laden kann, kann man Flugstile nachahmen, die einfach Ausnahmepiloten haben. Erik Weber ist ein Ausnahmepilot, Daniel Jetschen ist ein Ausnahmepilot, Nico Niewend ist ein Ausnahmepilot. Heutzutage ist die Masse von Piloten so groß und jeder fliegt mehr oder weniger das Gleiche, aber es gibt einfach manche Piloten, die stechen raus und die fliegen ihre Figuren in einer anderen Harmonie. Die fliegen sie anders an, die fliegen sie in einem anderen Fluss und da kann man natürlich dann sagen, klar, ich möchte es so mal ausprobieren, wie macht er das? Wie komme ich da hin, um das so zu machen wie er, weil mir das gefällt oder weil es mein Idol ist? Und das kann man schon, denke ich, da ganz gut miteinander kombinieren. Ich finde es toll, dass eine Innovation da ist, die es vorher in der Form noch nicht gab. Und ich finde es toll, dass sich da junge Menschen Gedanken darüber machen, einfach, um unser Hobby weiterzubringen und vor allem unser Hobby auch am Leben zu lassen. Es ist ein Produkt, wo ich sagen muss, es gehört unterstützt, denn es gibt es noch nicht. Es gibt alles, aber das gibt es noch nicht. Das heißt, das brauchen wir einfach, um weiterzukommen. Und deswegen Stickmover.